Am 25. März 2023 ist es wieder soweit, dass Legoland Deutschland in Günzburg hat Saisoneröffnung und ihr schreibt uns aktuell jede Menge Anfragen und Kommentare, wie man einen Besuch dort am besten, am günstigsten und am smartesten planen kann. Wir haben schon jede Menge Legoland Videos gemacht in der Vergangenheit, werden auch von der kommenden Saison natürlich, sobald wir dann vor Ort sind, wieder eine Crème de la Crème an Vlogs, Einkaufsberichten und so weiter für euch auf YouTube bereitstellen. Aber ich habe mir gedacht, weil viele gerade jetzt auch kurz vor Saisoneröffnung am Planen sind, welche Tickets sie sich kaufen sollen und wie das alles dieses Jahr am besten zu managen ist, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kleines Update Video, wie das eben im Jahr 2023 im Legoland Deutschland so aussieht und da schauen wir uns heute einfach mal kurz die Website an. Also kurz nur dazu, wir kaufen die Tickets eigentlich immer auf der Legoland.de Webseite direkt. Es gibt auch andere Anbieter und Veranstalter, die die Karten verkaufen, da haben wir keine Erfahrung damit. Unsere Empfehlung ist immer direkt auf Legoland.de und da werdet ihr gleich, wenn ihr auf der Startseite seid, mit einem Angebotspreis von 39 Euro für euren Besuch begrüßt und gleich vorab, es kommt sehr stark darauf an, ob ihr das Legoland Deutschland nur einen Tag besucht und dann die ganze Saison 2023 nicht mehr, ob ihr vielleicht vorhabt öfter zu kommen, ob ihr mit euren Familien kommt alleine, ob ihr vorhabt einzukaufen und so weiter, all das werden wir uns heute mal in aller Ruhe hier in diesem Video anschauen. Und gleich vorab, eine reguläre Karte im Legoland Deutschland für einen Erwachsenen kostet jetzt in dieser Saison 64 Euro. Das heißt, wenn ihr hinfahrt und an der Kasse am Kiosk sagt, bitte einmal ein Erwachsener eine Karte, ein Ticket, dann kostet das 64 Euro. Würden wir euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, aussehe, fahrt ganz, ganz spontan hin. Am besten ist, ihr schaut vorher hier auf der Website vorbei und klickt hier auf jetzt kaufen bei diesen datierten Eintagestickets. Die werden ab 39 Euro angeboten. Der Nachteil ist natürlich, ihr müsst euch hier jetzt gleich vorab einen Tag aussuchen, an dem ihr das Legoland Deutschland besuchen wollt und das Ticket ist dann auch nur an diesem Tag gültig. Die 39 Euro Tickets sind auch sehr selten, habe ich gesehen, nur in der Nebensaison und unter der Woche. Wenn wir jetzt dann mal in Richtung Sommer unterwegs sind, wo viele von euch wahrscheinlich auch gerne mit ihren Familien und den Kindern hinfahren wollen, wenn sie Sommerferien haben, da seht ihr schon, die meisten Tickets kosten dann 54 Euro für einen Erwachsenen. Das ist schon relativ viel. Was wir immer empfohlen haben, weil das einfach immer extrem rentabel war, waren die sogenannten Jahreskarten im Legoland Deutschland. Da gibt es jetzt ein bisschen eine Änderung. Dieses Jahr sind die ein wenig anders aufgebaut und deswegen habe ich mir gedacht, weil viele deswegen auch immer anfragen, kurz eine Info. Wir haben hier immer noch, ähnlich wie letztes Jahr, das sogenannte Drei-Klassen-Modell. Wir haben jetzt eine normale Jahreskarte für 99 Euro, den Merlin-Abenteuer-Pass, mit dem ihr auch in andere Freizeitparks in Deutschland gehen könnt, um 129 Euro. Und die Jahreskarte Basic für 79 Euro. Mit diesen Karten könnt ihr dann mehr oder weniger mit Ausschluss oder Ausnahme der Basic-Jahreskarte an allen offenen Tagen im Jahr 2023 das Legoland Deutschland besuchen. Und wenn ihr jetzt mal so durchrechnet, dass eine reguläre Karte im Sommer, auch wenn ihr sie vorab bucht, 54 oder teilweise auch mehr Euro kostet, dann seid ihr mit zwei Besuchstagen in einer Saison eigentlich hier schon auf Null oder sogar im Plus. Das heißt, egal ob ihr zwei Tage hintereinander in den Park geht oder ob ihr vielleicht vorhabt im Frühling zu Ostern und dann nochmal im Sommer oder im Herbst den Park zu besuchen, würde ich mir an eurer Stelle überlegen, ob ihr nicht eine Jahreskarte nehmt. Weil die haben ja auch andere Vorteile und zu denen kommen wir jetzt gleich. Ihr habt hier, lasst mich mal ein bisschen hinunterscrollen und ich glaube, ich gebe die Kamera mal auf diese Seite, damit ihr besser sehen könnt. Ihr dürft also mit den ersten zwei Jahreskarten, also mit der um 99 Euro und mit der um 129 Euro, den Park an jedem offenen Tag von jetzt 25. März bis kurz nach Halloween besuchen. Da dürft ihr ein- und ausgehen, wie oft ihr wollt, ihr könnt auch nur für ein Stündchen in den Park, das ist alles kein Problem. Das Einzige, was jetzt neu ist und das finde ich persönlich nicht ganz so geil, das hat Europa Park und auch Disney schon länger, das Legoland hat es jetzt eingeführt, sie haben jetzt eine günstige Jahreskarte, bei der man dafür Ausschlusstage hat. Und zwar könnt ihr mit der günstigen Jahreskarte um 79 Euro an diesen Tagen hier, das sind vor allen Dingen Wochenenden und auch Sommerferien, nicht in den Park. Also schaut euch das genau an, nicht, dass ihr die günstige Karte kauft und dann wollt ihr an einem dieser Tage reingehen und könnt nicht, weil eure Karte da nicht gilt. Also da würde ich mir an eurer Stelle schon überlegen, ob ihr da nicht vielleicht die 20 Euro extra aufzahlt und dafür das ganze Jahr immer ins Legoland gehen könnt, auch wenn ihr mal Lust drauf habt, spontan und reinschauen wollt, was dort so los ist. Dann haben wir hier, Moment, das wollte ich euch auch noch zeigen, was ein Thema ist, das die Jahreskarte in den letzten Jahren immer so extrem attraktiv gemacht hat, die Bonuskarte. Das ist ein Gutscheinheft, welches man sich am Eingang des Legolans im Jahreskartenbüro abholen kann. Das heißt, man zeigt seine Jahreskarte her und bekommt dann ein Gutscheinheft. Das bekommt man pro Kalenderjahr, das heißt, man bekommt es vielleicht sogar für, wenn ihr euch jetzt die Jahreskarte kauft, demnächst 2023 und ihr könnt euch Anfang 2024, wenn die Jahreskarte dann vielleicht nur ein paar Tage gültig ist, könnt ihr euch das nochmal holen. Da sind verschiedene Gutscheine drauf, ich kann euch gerne auch ein Bild einblenden. Wie die dieses Jahr aussieht, wissen wir noch nicht, aber da sind zum Beispiel 20% Rabatt auf einen Einkauf eurer Wahl Gutscheine drauf oder 25% auf ein Lego-Set, diverse Gutscheine bei Restaurants. Ihr habt Freundestickets, das heißt, wenn ihr vielleicht Freunde oder Familie mitnehmen wollt, die sich spontan dazu entscheiden, könnt ihr da um einen Bruchteil des Ticketpreises die Leute mitnehmen und das rechnet sich, wenn ihr da ein teureres Set kauft, schon beim ersten Besuch dann. Ich sage jetzt ein Beispiel, ihr kauft ein 400-Euro-Set und setzt diesen 25%-Gutschein auf ein Set eurer Wahl, dann habt ihr da 100 Euro Preisabzug. Das ist dann schon so viel, wie die ganze Jahreskarte gekostet hat. Also zum Beispiel, wir kaufen da immer natürlich vermehrt exklusive Sets, die es sonst nirgendwo gibt, die auch nur ganz selten oder nie im Rabatt angeboten werden. Modular Buildings, UCS, Star Wars Sets, irgendwelches Zeugs, was halt einfach sonst nirgendwo im Verkauf ist, außer in den Lego-Shops oder auch im Lego-Online-Shop. Und da könnt ihr dann richtig, richtig Geld sparen, auch in der Legoland-Fabrik. Da werden wir auch natürlich ein Video machen, wenn ihr da einen größeren Einkauf tätigt, der vielleicht, keine Ahnung, 200-300 Euro kostet. Wenn ihr da den 20%-Gutschein auf einen Einkauf eurer Wahl setzt, habt ihr dann auch gleich so viel Rabatt, wie die ganze Jahreskarte gekostet hat. Und da müsst ihr bitte aufpassen, ihr seht hier, bei der günstigen Jahreskarte Basic ist dieses Bonusheft dieses Jahr nicht mehr dabei. Also passt da bitte auf, nicht, dass ihr da hier Geld sparen wollt. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr ein bisschen was im Legoland einkaufen wollt, dann zahlen sich die 20 Euro Aufpreis in Kombination mit dieser Bonuskarte auf jeden Fall aus. Also da werdet ihr gleich beim ersten Besuch auf jeden Fall im Plus sein. Die Ausschlusstage habe ich euch schon gesagt, also überlegt auch hier, ob ihr nicht die bessere Jahreskarte nehmt, weil hier doch sehr, sehr viele Ausschlusstage sind. Ihr könnt euch für 8 Euro eine Scheckkarte ausstellen lassen, das machen wir meistens nicht. Wir haben die Jahreskarte meistens auf der Handy-App, das ist sehr praktisch, dann kann man sie auch nicht vergessen. Dann habt ihr die Möglichkeit für 15 Euro ein Parkticket für das ganze Jahr zu kaufen, mit der Jahreskarte exklusiv. Einmal parken im Legoland kostet 6 Euro, das heißt also, wenn ihr dreimal ins Legoland fahrt, werdet ihr bei 18 Euro und hier mit der Jahreskarte seid ihr dann bei 15 Euro. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Was uns ein bisschen geärgert hat, ist das mit dem Merlin-Abenteuerpass. Warum der 30 Euro mehr kostet, da komme ich gleich drauf. Dass hier das Parken 25 Euro kostet im Jahr, das hat natürlich den Hintergrund, dass man nicht nur im Legoland, sondern auch in 15 anderen Freizeitparks und Attraktionen in Deutschland parken kann. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob ihr nur auf der Durchreise seid und kein Hotel braucht oder woanders übernachtet oder vielleicht nur einen Tagesausflug macht oder ob ihr vielleicht ab und zu auch mal im Feriendorf, das Legoland hat ja ein riesen, sie nennen es Feriendorf, Hotelareal mit auch einem Campingplatz, mit Campingfässern, also jede Menge cooles Zeugs, was dort so abgeht. Wenn ihr die Merlin-Abenteuerpasskarte habt, dann habt ihr auch 15% Rabatt auf alle Übernachtungen im Feriendorf. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, wie man hier Geld sparen kann. Ihr müsst aber allerdings immer schauen, hier oben beim Reiter Übernachtungen haben sie auch eine Angebotsseite. Und da kann es sein, wahrscheinlich eher weniger in Richtung Sommer und den Schulferien, aber es kann auch sein, dass ihr hier vielleicht mal einen Angebotspreis mit Übernachtung und in Kombination Parktickets abgreifen könnt, wo das dann wiederum billiger ist als mit der Jahreskarte. Dann haben wir noch jede Menge kleine Vorteile hier bei dem Merlin-Abenteuerpass. Also wie gesagt, ich zeige euch die Seite dann gleich. Ihr habt hier Eintritt in nicht nur das Legoland Deutschland, sondern alle Merlin-Freizeitaktivitäten in Deutschland. Hier habt ihr übrigens die Attraktionen, die ihr mit dem Merlin-Abenteuerpass besuchen könnt. Also es ist nicht nur das Legoland Deutschland dabei, sondern auch der Heidepark in der Nähe von Hamburg, dann alle Sea-Life-Aquarien, auch die Legoland Discovery Centers sind kostenlos dabei. Madame Tussauds in Berlin, alle Dungeons und das Little Big City in Berlin. Also wir haben da schon das ein oder andere Mal unseren Merlin-Abenteuerpass auch bei anderen Attraktionen eingesetzt und das ist eigentlich total cool. Was ihr hier da zusätzlich noch habt, ist beim Merlin-Abenteuerpass, dass Kinder ab 14 Uhr im Pizza-Mania-Restaurant gratis essen bekommen. Das ist ganz nett, finde ich. Und auch 10% in sehr vielen Shops und Restaurants. Also die lassen sich zwar nicht mit diesem Gutscheinheft, welches ich vorher erwähnt habe, kombinieren, aber ihr könnt, wenn ihr da wo essen geht oder wenn ihr euch ein Eis kauft, einfach euren Merlin-Abenteuerpass herzeigen und bekommt dann auf ziemlich viele Sachen, da müsst ihr einfach fragen oder bei der Türe beim Eingang des Restaurants oder Shops schauen und bekommt da einfach 10% auf euren Einkauf dort. Dann haben sie, und das ist dieses Jahr neu, eine weitere Geschichte. Hier mit dem Merlin-Abenteuerpass bekommt man frühen Zugang auf diverse exklusive Sets. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so etwas Ähnliches ist wie bei der VIP-Aktion, manchmal im Lego Online-Store oder im stationären Online-Store, wo man ja auch, wenn man eine VIP-Karte hat, dann ein paar Tage früher einkaufen kann, wenn das für jemanden interessant ist und man kommt auch in andere Länder oder besser gesagt in Attraktionen in anderen Ländern günstiger rein und zwar kann man auch, falls ihr mal vorhabt, ins Legoland Billum zu gehen. Das ist leider nicht inkludiert mit dem Merlin-Abenteuerpass, aber ihr könnt euch für dort und auch für das Gardaland in Italien eine Eintrittskarte um 15 Euro ausstellen lassen. Also solltet ihr vielleicht dort auch mal erwägen hinzukommen, dann wird sich das auf jeden Fall auszahlen. Und das ist jetzt neu, dieses Jahr hat das Legoland auch in der Weihnachtszeit geöffnet. Also die Saison wäre normalerweise von ungefähr Ostern bis Halloween gegangen, geht sie auch dieses Jahr. Und zusätzlich haben sie im Jahr 2023 dann auch von November noch bis, ich glaube, Weihnachten oder Neujahr geöffnet. Und das nennt sich dieses Jahr Winter Wonder. Wir wissen da noch nicht genau, was sie da vorhaben, da werden wir euch nochmal ein Update dazu geben. Aber für dieses Winter Wonder braucht ihr ein separates Ticket. Also da gilt weder die Jahreskarte noch eine reguläre Tageskarte. Und wenn ihr die, sage ich mal, teureren Jahreskarten habt, dann könnt ihr hier günstigere Winter Wonder Pässe dazu buchen. Was das ist, weiß ich leider noch nicht, da müssen wir uns noch informieren. Was kann ich euch sonst noch sagen? Falls ihr schon eine Jahreskarte hattet letztes Jahr, könnt ihr auch diese hier verlängern. Das sind dann von den Konditionen her natürlich genau die gleichen Sachen. Das Einzige ist, dass die Preise ein bisschen günstiger sind. Also wenn ihr letztes Jahr eine Jahreskarte hattet, dann könnt ihr die hier um 20 Euro ungefähr günstiger verlängern. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, weil die Verlängerung nur, ich glaube, wo steht das, 30 Tage vor. Ich finde jetzt die Information nicht. Übrigens der neue Bereich wird ja auch dieses Jahr eröffnet, Mythica. Da sind alle schon gespannt mit der neuen Achterbahn. Es gibt da auf jeden Fall Konditionen, wann die Jahreskarte verlängert werden darf. Ich glaube 30 Tage vor Ablauf und 30 Tage nach Ablauf eurer aktuellen Jahreskarte. Ja, genau so ist das. Was manche auch noch fragen, was man natürlich auch noch machen kann, ist, es gibt einerseits dann noch diese Schlemmer-Tickets. Das haben wir allerdings noch nie gekauft. Moment, ich gebe die Kamera wieder herunter. Das sind so Sachen, die könnt ihr euch kaufen, müsst ihr aber nicht. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel mit eurer Familie kommt, habt ihr hier die Möglichkeit für 69,80 Euro hier dieses Paket zu buchen, wo ihr viermal Essen bekommt, viermal Getränke, vier Kugeln Eis, zweimal Heißgetränk und zweimal Zuckerwatte. Da ist natürlich 69,80 Euro schon ein ganz guter Preis. Vergleichsweise, also das Essen ist jetzt nicht extrem günstig im Legoland. Es ist aber auch nicht extrem teuer im Vergleich mit anderen Parks. Also es könnte sein, dass ich, speziell wenn ihr zwei Erwachsene und zwei Kinder seid zum Beispiel, dass sich das eigentlich ganz gut rentiert. Ihr könnt euch aber auch, oder man konnte sich bis jetzt auch eigentlich immer Essen ins Legoland mitnehmen, speziell auch für die Kids. In anderen Parks ist das ja nicht so gern gesehen. Im Legoland konnte man da ohne weiteres in seinem Rucksack, keine Ahnung, einen Apfel und ein bisschen Jause mitnehmen und dann auch während der Wartezeit was essen. Das haben wir immer gemacht. Es gibt dann auch noch das Schlemmer Ticket Gold um einen Zehner mehr. Da könnt ihr in mehr Restaurants noch gehen. Also das günstige Ticket gilt nur in den Selbstbedienungsrestaurants. Da habt ihr sicher wohl eine Liste, eine Übersicht. Und das Ticket Gold gilt auch in Restaurants, wo man bedient wird. Allerdings ist es so, und da nochmal zurück an dieses Bonusheft der Jahreskarte, dass ihr auch dort diese Gutscheine habt, wo ihr in verschiedenen Restaurants, und ich hoffe, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird, dass ihr da in verschiedenen Restaurants eine Preisminderung bekommt, wenn ihr einen Gutschein setzt. Ja, also nochmal, es kommt sehr stark darauf an, ob ihr nur auf der Durchreise seid und einen Tag ins Legoland gehen wollt und eher nicht vorhabt, etwas einzukaufen. Dann lohnt sich die Geschichte mit dem Einzelticket vielleicht für euch. Falls ihr aber vorhabt, und das ist einfach unsere große Empfehlung, vielleicht auch mal ein zweites Mal den Legoland Deutschlandpark zu besuchen. Und auch vielleicht nebenbei Lego-Fans seid, die dort was einkaufen wollen. Sie haben ja dort alles. Schaut euch gerne die anderen Videos von uns an. Dann könnt ihr auf eine Jahreskarte wechseln und das wird sich auf jeden Fall auszahlen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Legoland. Bis bald. Bis bald.